Okay, jetzt hier weiterlaufen, was sieht da irgendwas? Nein, hier laufen die in eine Wand. Links? Halt mal, ich sehe gerade. Weiter? Ja. Da links gibt es nichts, oder? Lauf weiter und links. Ah, da sieht man ja ein bisschen was. Das sieht man nur nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das aussieht, aber wir sehen hier ganz leicht Rope liegen. Ah, okay, jetzt. Ein Schiff, schönes Bild. Schau ein bisschen besser hin und du findest einen Weg vorwärts. Oh man, das Spiel ist echt freaky. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Ein bisschen nichts. A little bit of nothing. Wow. Ja, da waren wir ja überall schon. Ja, trotzdem. Ja, da waren wir auch schon. Ja, haben wir. Ja, doch, das ist das nicht. Ja, das hatten wir auch schon. Das haben wir ja das, wo du hier so gut durchlaufen kannst. Nein, das war jetzt scheiße. Ja, genau so. Moment, geh mal zurück. Links. Links, links, links. Du siehst hier. Ja. All times, we need to view the world from someone else's perspective. Ähm, an Zeiten. Manchmal brauchen wir einfach andere Perspektive. Ich hab gar nicht aufgepasst, tut mir leid. Times, we need to view the world from someone else's perspective. Okay, also es gibt Zeiten, an denen wir es eben benötigen, aus einer anderen Perspektive zu schauen. Keine Ahnung. Die Welt aus einer anderen Welt, die zu betrachten. Ja. Man, schwedisch war es. Müssen wir halt in den Bildschirm reinkriechen, hätte ich das sehen. Wow. Ja, das war das, wie man zu warm beginnt hat. Richtig. Ja, gut. Ich glaub, das bringt nichts. Nein. Boop. Ich bin's nicht gewöhnt, dass ich einfach so wieder zurück kann zum Anfang. Ach, du Scheiße. Déjà vu, schauen wir das mal an. Hier geht's, hier ist nix. Ja, das war da, wo der Aufzug nach oben geht, wenn du rechts den Würfel verschiebst. Genau, da. Also wenn der... Hast du gesehen? Jetzt ist der Aufzug nach oben. Irgendwie. Achso, die Würfel zerstört. Das ist mir auch klar. Aber ich verstehe diese Situation nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Ab. Okay, also hier waren wir, oder? Haben wir... Hier waren wir, ja? Ne, wir waren... Also vorhin waren wir bei Hidden Behind the Glass, oder irgendwie so ähnlich hieß das. Also vom Climbing Tower aus, irgendwie. Nicht? Okay. Ich dachte, da war irgendwas. Stop and go. Was war da? Was war da? Hidden? Was? Hidden? Achso, Hidden Secrets. Ne, dann hab ich das vermischt. Ja, mir könnt schon nochmal in den Tower reingucken, wenn du das willst. Naja. Ja, können wir gern machen. Ähm, du bist gerade übrigens auf Hidden Behind the Glass gewesen. Also hatte ich doch recht. Ach, das war der komische Raum da. Vielleicht gezielt auch nur weiter. Ja, das war... Äh, warte mal, links, da ist sowas gelbes da hinten, oder? Ach, sorry. Naja, aber das ist ja das mit den... Teilchen da. Ja, geh mal durch. Jetzt sind wir wieder hier. Ich bin mir aber immer noch irgendwie mit Schlüssel drüber, was uns das bringt. Die Klätzchen reichen auch noch nicht. Wobei die eigentlich reichen müssten, weil du kriegst der Hande nichts her, weil du kommst direkt aus so einem Zerstörerfeld. Äh, ja, und den einen, der da noch ist, kannst du den nicht nach draußen ziehen, dass du den für die anderen Seite verwenden kannst. Ja, den hab ich draußen. Okay. Jetzt könntest du da, was... Wir brauchen da sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf... Wie fehlt noch einer? Quatsch, ich muss aber die hier hin auch noch rausholen. Das ist nicht der Able. Ja, genau. Also, sobald sie halt verbunden sind, kannst du hier ja rausholen. Dann kannst du ja wieder deinen Dauerblock machen, dass es wieder mehr generiert wird. Ist jetzt zwar wieder langweilig mein Gebastel, aber es ist leider nötig liebe Leute. Ja, aber es waren doch nur 8, das muss doch nicht reichen. Du hast ja bei dem jemanden gedacht, dass es nicht tut. Jetzt geh doch mal durch die Tür. Du generierst gerne Würfel, oder? Ich bin klotzgeil. Klotzgeil? Bilder in meinem Kopf. Ich glaube wir haben gerade genau das gleiche gedacht. Ja. Sie sei uns nicht böse. Die wird das ähnlich sehen. Ah, drei. Napoleon. Wenn ich zeige wo es lang geht, haben die Abbringung für dich schon da hinzulaufen. Zwei. Drei. Drei. Entschuldigung. Warte mal, wo komm ich hin mit dem Daukissenblock oder was? Sollen wir es riskieren, Tobi? Nee, da komm ich eh wieder nur da hinten raus. Was gibt es sonst noch? Zwei. Achso, okay. Und zurück. Und sonst gibt es nichts? Nope. Fuck. Wenn du da ja dann riskierst. Oh, okay. Siehste, ich habe es doch gewusst. Wie gibt es dich gleich? Super, da waren wir glaube ich schon. Ja, aber du hattest die Lösung nicht. Stimmt, das hatten wir auch noch nicht. Das bringt dir aber auch nichts. Nein, das bringt überhaupt nichts. Ja doch, wenn du dich trennst, dann kannst du doch... Ja, versuch mal zu trennen. Jetzt zu rechts. Genau. Du musst da hin mit links, genau. Du musst da schnell genug sein. Toll. Ja, die zwei jeweils fehlen einfach so einen links und einen rechts oder? Oh, klar. Du musst da schnell genug sein. Das geht aber schneller, da handel ich noch uns nicht ums Hunde. Splitting a problem up may help you find the answer. Also, ein Problem zu zerteilen. Hilft dir die Antwort zu finden? Hilft dir die Antwort zu finden. Zerteilen passt ja zu uns. Chainsaw! Texas. Chainsaw. Mein Vorgeschlag wird immer noch nicht... Warum kann man immer zurück, aber nicht vorwärts? Ja, geht dann mal wieder durch das Ding, würde ich mal sagen. Vielleicht kommen wir doch woanders hin wieder. Wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder ein. Da waren wir schon. Okay. Haha, nein! Doch! Meinst, bei Walk funktioniert das auch... Ah, ne, da ist ja diese Masse. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, das hast du jetzt nach unten gezogen. Ey, bleib da, du Penner! Komm wieder her! Hey, komm wieder her! Du hast doch Klötze zum bauen. Stimmt. Du baust nach unten. Oh, krass. Immer noch. Ja. Hierher. Das funktioniert erstaunlich gut. Gut, ich habe auch nicht unendlich viele Klötze erlaubt. Das könnte... Reichen. Reicht nicht, oder? Doch. Genau so. Building a bridge can get you over a problem. Ja, ne Brücke zu bauen... Hilft dem, wo place zu verbinden. Genau. Ha! Soviel zum Thema Fly. Soviel zum Thema Klotz. Super. Kann man den da drüber ziehen vielleicht? Ging glaube ich nicht, gell? Ah, da hinten ist ja etwa fünf. Der war gerade rot, oder? Also das... Die Tafel war rot, oder? Ja, das ist bloß so eine Fülle. Aber ich fürchte, wir können da keine Klötze durchschicken. Mach mich jetzt nicht mehr Schuggen, wir können da eine Klötze durchbringen. Echt jetzt? Warum geht das jetzt? Jetzt frage mich nicht, keine Ahnung. Krass. Das Problem ist nicht, wo man eben geht, sondern wie man da hinkommt. Hm. Wo du hingehst. Naja. Gut, jetzt kommen wir wieder zur vier und dann haben wir wieder einen typischen Klotz zum Abbau. Ja. Nein. Doch. Aber das ist ein anderes Kraftfeld, deswegen ging es nicht. Aber das ist ein Pfeil jetzt, schau. Jetzt müssen wir vermutlich da drüber. Ja. Nein, ich bin jetzt. Also als Taxi nehmen kann ich es noch nicht. Reicht das? Ja. Es muss. Oh. Viel Spaß. Gut. Schuss. 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 Mach doch mal, geht das Quadrat außen? Ich weiß vielleicht, bildet es dann die Blöcke. Nein das läuft nicht. Mist. Aber wenn du es in der Mitte füllst? Dann stimmst du mité mal aussen? Achso, du meinst du es da in der Mitte으로 herkommen? Aber du kannst nicht mehr reinsetzen. Ach so. Asso. Runkelnis. Ah, okay, vielleicht kannst du sie weiterziehen.